Dieses Video richte ich direkt an die Mutter von Sebastian Kurz. Ich hoffe, es erreicht Sie. Vielleicht kann es jemand an Sie weiterleiten. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass Sie bei der Erziehung Ihres Sohnes total versagt haben. Einen empathielosen Buben haben Sie uns da vor die Nase gesetzt, der auf alle losgeht, die nicht nach seiner Pfeife tanzen. Er hat Österreich zerstört. Er und seine Bubapartie. Was jetzt alles auftaucht, geht auf keine Kuhhaube mehr. Reden Sie dem Buben gut zu. Er soll sich jetzt ganz schnell schleichen. Den Schaden, den der angerichtet hat, werden noch unsere Urenkel bezahlen. Also, sagen Sie es Ihnen. Er sollt schnell gehen. Und alle mitnehmen. Die ganze türkisgrüne Bagage. Und Tschüss. Schaden.